Nach der doch sehr schwierigen Corona-Phase für Hotels hat die Asset-Klasse wieder sehr, sehr gut in die Performance zurückgefunden. Wir haben 2023 jetzt die stärkste Performance eigentlich aller gewerblichen Asset-Klassen in Hotels gesehen. Und das hilft uns natürlich in der Diversifikation eines Portfolios, in dem wir eben über alle Asset-Klassen sitzen, eben auch zur Stabilisierung. Insofern haben Hotels, glaube ich, auch für viele Investoren, die im Hotelsektor investiert sind, einen positiven Diversifikationsbeitrag gebracht. Und wir denken auch, dass sich das auch wieder fortsetzen kann. Deswegen setzen wir auch ganz klar auf Hotels in unseren Portfolien. Wir sehen, dass das Wachstum wieder da ist und vor allem eine sehr, sehr starke Cash-on-Cash-Rendite, die eben aus Hotels generiert werden kann, die uns eben im Gesamtportfolio zur Stabilisierung hilft. Ich denke, Hotels sollten in keinem gewerblichen Portfolio fehlen. Sie liefern, wie gesagt, eine starke Cash-on-Cash-Rendite. Und mit dem Wachstum, das wir jetzt auch sehen, können wir, denke ich, auch auf eine sehr attraktive Gesamtrendite in der Zukunft hoffen. Und mit dem Wachstum, das wir jetzt auch sehen, können wir, denke ich, auch auf eine sehr, sehr starke Cash-on-Cash-Rendite. Und mit dem Wachstum, das wir jetzt auch sehen, können wir, denke ich, auch auf eine sehr starke Cash-on-Cash-Rendite.